ja hallo ich bin wieder der tambi mit einer weiteren folge zu fishing planet und zwar ein ankündigendes video ja am ersten mai ist ja die schonzeit zu ende und die angelsaison fängt wieder an für raubfische und blablabla weiß jetzt nicht wie es bei den welsen aussieht ist ja auch von bundesland zu bundesland eigentlich verschieden ja es geht darum vom sechsten auf den siebten oder besser gesagt der sechste und der siebte mai findet bei bat im bierstübchen wieder ein turnier start was ich erstellt habe zu gewinnen sind wie der krasse dlcs und ja es wird um welts gehen oder habe ich bis wird um welts gehen und zwar wird dass das catfish cup 2 sein und ich möchte noch mal ja hier ist doch schon mal ein kollege getüpfelt der gabel welt ja ich möchte noch mal jeden ans herz legen es muss nicht unbedingt ein brt mitglied sein der bei dem turnier teilnehmen kann jeder andere darf gerne daran teilnehmen es sei denn ihr seid in einem anderen club also jeder andere also jeder darf an dieses turnier teilnehmen ja voraussetzung ist halt ihr müsst euch im bierstübchen anmelden oder registrieren weil ihr nur über den kalender euch eintragen können für das turnier damit hat halt ein bisschen übersichtlicher alles ist ja wie gesagt findet am sechsten und siebten mai statt und geht um welse die regeln und so was alles findet ihr im forum zu den preisen auch alles im forum ja und dann würde ich sagen was das vor meiner stelle ich hoffe dass viele sich anmelden ja und würde ich sagen sehen wir uns dann beim turnier oder am wasser oder in den nächsten videos moin moin nicht im Untertitelung des ZDF für funk, 2017